Verstehen Sie moderne Kunst? Wieso kostet dieses Werk viele Millionen? Oder dieses? Und auch dieses? Was sehen Liebhaber und Sammler in dieser Kunst? An effektiver Kollektor, deep down you have to be shallow, you have to be a decorator. Nominiert für den großen Preis der Jury in Sundance. It's a completely perverse and upside down art world. Because 99.999% of artists don't have money. The price of everything. The money has never been a motivation for me. Die TV Premiere bei KinoWeltTV. Besser sehen.